Und es ist für mich deutlich entspannter, wenn ich mich einfach entspanne. Und ja, dadurch hat sich das ganze Ding einfach aufgelöst. Und das heißt, was ich nutze, also früher habe ich auch so energetische Methoden genutzt und Hypnose und tausend verschiedene Tools. Aber was jetzt so mein Lieblingsding ist, einfach zu erforschen, das heißt Sachen zu erkunden. Und zu schauen, wie machst du das, dass du einen Geburtstrauma hast? Wie fühlt sich das in dir an? Ja, und dann spanne ich meinen Arsch ganz doll an und dann ist es echt stressig. Und warum machst du das? Ja, keine Ahnung. Was könnte denn passieren, wenn du dich entspannst? Ja, weiß ich auch nicht. Dann habe ich Angst. Ah, was sagt denn die Angst? Und einfach über den Dialog zu gehen und letztendlich neugierig zu forschen. Aber auch ohne irgendwas zu vermeiden. Also nicht zu sagen, hu, jetzt müssen wir an einer Wut arbeiten. Warum muss man daran arbeiten? Sondern einfach zu sagen, hey, da ist gerade Wut da und das Unterdrücken, das tut weh und nicht das Zulassen. Also es ist wirklich einfach sehr viel, dass das, was ich selber in mir gefunden habe an Gefühlen und wo Freiheit ist, das einfach zuzulassen, inklusive Hass und Wut und Traurigkeit, Schmerz, tausend Dinge, Terror, Panikattacken, bewusst Panikattacken zu haben, war zuletzt diese letzte Woche ein paar Mal und auch zu sagen, okay, dann ist gerade Panik da. So what? Ja. Ich kann mich trotzdem entspannen. Also mir geht es trotzdem gut, auch wenn Panik da ist und mein Kopf durchdreht. Gut, dann räume ich jetzt einfach ein bisschen auf, statt vielleicht hochkonzentrierte Tätigkeiten zu machen. Und ich muss nicht mal was damit machen. Also es gibt nichts daran zu heilen oder zu verändern, sondern einfach zu sehen, anscheinend kommen gerade Gefühle hoch. Aber wo ist, also ich sehe halt, dass einerseits sind oft Gefühle da und wenn wir die einfach lassen, und ich sehe halt, dass einerseits sind oft Gefühle da und ich sehe halt, dass einerseits sind oft Gefühle da und ich sehe halt,